So, Need for Speed Rivals wieder dran und wir sollen heute einen Zeitfahren Bronze machen und einen Racer mit Verfolgungsdechnologie treffen und ein Kopf-an-Kopf-Event beenden. So, dann gehen wir mal auf das Zeitfahren, als ob wir das nicht schon eben irgendwie mal hätten. So, heute mal wieder als Racer unterwegs. Fahrer gegen die Uhr. 3.28 ist die Zeit. Wir werden schlagen. Müssen. Boah, Alter, war es klapp. So schön um die Ecke gedürftet, der eine. Fast hat er mich noch mitgenommen. Ich versuche es wie immer zwei Speed Liste nehmen pro Folge zu machen. Kann es aber nicht versprechen. Und nun ist die letzte Folge dieser Woche. Die nächste Woche geht es dann weiter mit den Mace an. Ja, bitte kommst. Oh Gott, es kommt wieder ein von denen. Ja, genau. Ja, wie soll ich da ausweichen? Gar nicht wahr. Ich feiere nicht die Gegend. So, den Racer haben wir mal nicht. Oh, mit auf Gold. Die Brücke hat er noch mit. Jetzt müssen wir noch das Kopf-an-Kopf-event machen. So, noch das Kopf-an-Kopf-event. Und dazu müssen wir aber mal irgendwie rennen wir auf die Straße und uns ein Wacer suchen. Und dann wechseln wir auch das Auto. Und dann wechseln wir auch das Auto. So, da ist noch einer Kopf unterwegs. Das ist noch in der Garage oder als Racer jedenfalls unterwegs. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen Racer. Ein Kopf-an-Kopf-event. Da ist ein Kopf. Scheiße. Oh, das ist ein Kopf, ne? Na, warte. Das war ein Racer. Doch. Ah, wir haben die hier stehen. Oh, ich muss das Ding ja nicht gewinnen. Ich muss es ja nur beenden. Wie appropriiert ist. Oh, ich muss das! Ich weiß es, dass die Kopf hayern. Oh, ich überstehe. Oh, ich war das земน. Oh, ich bin auf's. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin auf's. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Geil, der rein. Tricksack. So, okay. Dann fahren wir zurück zum nächsten Versteck. Dann geht's um die zweite Speedlose und dann wechseln wir das Auto. Geil, der rein. Dann gehen wir wieder jagen. 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 Scheiße, ich hab mich zum Freischhalten. Keine Kohle. Ich muss mich für den Füßern wieder... Dann muss man doch das Auto wieder wechseln. Ah, okay. Der hat noch die ganz verfolgten Dinger drin, ja. Ah, ich fahr mal den an der nächsten Welt. Gut, Garage verlassen. Ein Rennensommer fahren. Damit selber fahren. Gut. Lambus. 2 Ford GT. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Glück. Hoffentlich bei diesem Rennen. Das war der zweite Treffer. Das war der zweite Treffer. Nimm doch da eine Mühle da weg. Ich bin gleich der Treffer. Oh Gott. Zentrale, Verfolger 1, 10, 51, auf Schrift, Rot, Hein. Wir haben auch nur noch halbe Leben. Das ist ein Bentley. Meldet 10, 41 mit mehreren Kollisionen bei hohem Tempo. Ja, geil. Das war nur noch 10 Mal durch. Dann steht es auch noch aus der falschen Richtung. Ich hab's dir mal was je gegessen. Dieses Rennbrimmer war kein Glück. Ich hab's dir in Verfolgung entkommen. Kehre zur Streife zurück. Ich hab's dir in Verfolgung. Ich hab's dir in Verfolgung. Ich hab's dir in Verfolgung. Wenn ich in Verfolgung Cup wollte, dann bin ich auf der Fall der Einstigen. Die Flucht sind ganz schön in Verfolgung. Ich hab's dir gedacht. Dann hat ein bisschen mehr €5. Dann bekommen wir das wieder. ganz das ist von mir klar und dann verstört er mich noch und dafür sind noch die sweetpoints weg wieder 0 naja gut ich muss ein zeichen setz in den abgrund leckend das krein immer den aber nicht jetzt